So, ich habe gerade bei der Rheinzeitung Koblenz, meiner Heimatstadt, angerufen und habe da mit einem Herrn Lindner kurz gesprochen. Er hat sofort gesagt, als er meinen Namen gehört hat, wir sprechen nicht, wir sprechen nicht mit Ihnen. Und das ist doch unfassbar. Also, ich lese jetzt vor, was ich der Frau, der Redakteurin, Redaktionsleitung und Redakteurin Frau Kauer geschrieben habe. Das werde ich auch unter meinem Beweismittel gegen Herrn Burg im Internet posten. Sehr geehrte Frau Kauer, liebes Redaktionsteam der Rheinzeitung Koblenz, ich habe soeben mein Beweismittel gegen einen MeToo-Straftäter namens Hermann Burg ins Netz gestellt. Rief soeben bei dem Nachrichtenführer Herrn Lindner an, der sofort abwiegelte und mir sagte, nein, nein, wir reden nicht mehr mit Ihnen. Was soll das? Stellen Sie sich auf die Seite eines Straftäters, ja? Was ist mit Ihrer Informationspflicht als Presseorgan und Zeitung? Frage ich mich wirklich. Ich fordere Sie hiermit auf, als Journalist, der ich selbst bin, Ihrer Informationspflicht sofort nachzukommen. Denn für meine Abstammung kann ich genauso wenig wie beispielsweise ein Ferdinand von Schirach, der von Baldur von Schirach, dem wohl brutalsten Nazi unter Adolf Hitler abstammt. Ich appelliere an meine Heimatstadt, mich zu unterstützen und mich nicht länger einfach zu ignorieren. Meinen Sie denn, es ist einfach, diese intensive und sehr viel nervenkostende Aufarbeitung meines Hermann-Burg-Materiums? Bitte helfen Sie einem gequälten, absolut missbrauchten Menschen, der komplett unschuldig ist. Ich weiß, dass Herr Burg sehr viel mehr Menschen missbraucht hat. Das beweist mein Telefonanruf bei ihm klar und deutlich. Hören Sie sich dieses Beweismittel gegen einen perfiden Verbrecher an. Diskutieren Sie bei Ihrer nächsten Redaktionsbesprechung, ob Sie nicht doch einen Artikel darüber schreiben möchten. Burg hat seine Übergriffe zugegeben und behauptet, es sei einvernehmlich gewesen. Das machen Missbrauchstäter und Vergewaltiger immer, weil sie sonst keine Ausrede haben. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass die renommierte Rheinzeitung Koblenz den Kopf in den Sand steckt. Ist es wegen meines lauten Protests vor ihrem Gebäude vor fast zwei Jahren, dass dieser Straftäter seinen Titel offiziell verloren und aberkannt bekam und dass dieser niemals auf Burgs Grabstein stehen wird, das ist ein ganz klein wenig Genugtuung für mich. Denn dieser Mann ist so gefährlich wie alle Pädokriminellen. Denn ich war damals nicht mal 16 Jahre alt. Das ist doch absolut krank, was der tat. Deshalb fordere ich Sie mehrmals, abermals auf, etwas im Nachhinein darüber zu berichten. Ich muss und werde über Ihr Verhalten sonst selbst berichten und das tue ich hiermit. Die Art und Weise, wie Herr und Frau Schneider mich damals behandelt haben, das beweist, dass sie ganz genau wissen, von wem ich abstamme. Und wenn das der wirkliche Grund ist für Ihr anti-journalistisches Verhalten, dann sollten Sie Ihre Rheinzeitung mit sofortiger Wirkung dicht machen. Das ist meine ernsthafte Meinung und dazu stehe ich auch. Die Polizei Koblenz hat meine Mahnwache in Koblenz unterstützt und mir keine Probleme bereitet. Anstatt einer Entschuldigung vom Intendanten des Theaters der Stadt Koblenz, Herrn Markus Dietze, bekam ich nur Ablehnung. Und als ich hier in Münster gegen die Generalintendantin des Theaters der Stadt Münster, Frau Dr. Katharina Kostolmann, recherchierte, verstand ich, warum. Dietze sitzt mit Katharina Kostolmann und meinem anderen MeToo-Straftäter namens Günther Beelitz, der so alt ist wie mein erster MeToo-Straftäter Hermann Burg, nämlich 85, gemeinsam im Deutschen Bühnenverein, wo sich alle Intendanten tummeln. Intendanten tummeln, ob sie nun pensioniert sind oder nicht. Das ist wirklich Horror. Das ist wirklich die Höhe. Meine Damen und Herren, das ist ein Skandal, nicht nur ein Theaterskandal. Es ist vielmehr ein gesellschaftlicher Skandal, der beweist, wie gefährlich dieser Kulturbetrieb für einen jungen Menschen sein kann. Stellen Sie sich doch nur mal vor, es würde Ihrem Kind zustoßen, was mir nachweislich geschah. Und dann würde die Zeitung ihrer Heimatstadt einfach den Kopf in den Sand stecken. Und das nur wegen deiner Abstammung, für die du ja gar nichts kannst. Ich bitte Sie, sich zu beraten und endlich, endlich über diesen MeToo-Skandal, der Koblenz betrifft, zu berichten. Herzlichen Dank. So, das werde ich jetzt noch dazu posten, zu dem Video, was ich gestern Abend schon gepostet habe. Ihr könnt euch ja auch mal das hier anschauen. Das ist von der wunderbaren Pressemitteilungswebseite bsuzd.com, Pressevorteil für Pressemitteilungen und Nachrichten. Und diese wurde auch angerufen von einem gewissen Professor Dr. Oliver Tollmein. Der hat gedroht und hat gesagt, Herr Bellinghaus, der lügt. Herr Bellinghaus ist verrückt. Herr Bellinghaus ist gefährlich. Drei Verleumdungen, für die ich den Ehemann von Katharina Kostvollmein angezeigt habe, bei der Polizei und mit Recht, zu Recht. Und hier sind die Wahrheiten. Denn dieser wunderbare Publizist von dieser Webseite ist diesen ganzen üblen Nazi-Methoden eines Tollmeins nicht auf den Leim gegangen und hat diesen Artikel, einer der wenigen, die noch sind, gegen Tollmein, gegen Katharina Kostvollmein draußen, nicht gelöscht. So, und ich werde das gewinnen mit solch wehenden Fahnen und wer dann wirklich, wirklich erbärmlich und ziemlich beschissen dasteht, ist die Rheinzeitung Koblenz. Denn das ist der Täter. Hier, guckt euch den an. Das ist die Wiedergeburt von Fantomas. Dieser Mann ist so übel, dass er jetzt behauptet, ich hätte das, seine üblen Übergriffe, hätte ich, das wäre gegenseitig, auf Gegenseitigkeit beruht. Das machen Missbrauchstäter. Das weiß jeder. Jeder, der in der Kriminalistik arbeitet, weiß, dass das die einzige Ausrede von diesen Leuten ist. Ja? Es ist schlimm genug, dass er, genauso alt wie dieser Kerl hier, ähm, wo ist er jetzt? Der andere, ja? Genauso alt ist, wie, 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 wie dieser. Moment, ich gebe das schnell ein. Günter, Günter Behlitz. Da, den haben wir hier. Das ist der andere. Gucken Sie sich den an. Es ist unfassbar. Der Mann steckt jeden Monat ein großes Vermögen ein und hat sich hier mit Kostolmein nachweislich, nachweislich involviert, um mir richtig eins reinzubürgen. Aber das mache ich nicht mit. Und das wird jeder Richter, jeder Richter wird das durchschauen. Das ist ein ganz perfides, perfides Absprache zwischen Kostolmein und diesem widerlichen Kerl. Wirklich. Unfassbar. Das ist wirklich, das ist wirklich zu viel. So, also, insofern, hier ist es Beweismittel gegen Ex-Kammerschauspieler. So. Guckt es euch an. Herr Burg. Äh, ja, hallo. Äh, Herr Burg. Ja? Ich hörte Sie nur fragen, warum Sie das mit mir gemacht haben damals. Ich bin durch die Hölle gegangen. Er wusste nicht mal, wer am Telefon ist und hat es zugegeben. Das zeigt allein, dass, was, was dieser Kerl auf dem Kerbholz hat. Und, äh, er ist 85, aber das, äh, hindert nicht daran, endlich darüber zu berichten. Weil vielleicht kommen dann auch noch andere Missbrauchsopfer, dieses Kerl, haben die, haben den Mut, so wie ich, und gehen zur Polizei und heulen dann ihre ganze Scheiße raus. Weil ich hab stundenlang bei der Kripo, äh, am, am, äh, am Rhein-Mosel-Ring, äh, fragen Sie nach. Es ist sehr, sehr, sehr aufreibend. Aber wann soll ich es nicht machen, wenn jetzt? Dann gehen Sie mal hier, erst. Wie! So! Untertitelung des ZDF, 2020